Könnt ihr mal gucken, was auf der CD hier so drauf ist? Die liegt die ganze Zeit so vor? Sonst würde ich jetzt den Titel vorlesen. Dass eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Keine Ahnung. Ich drück einfach mal. Ahhhh. Jetzt musstest du's nochmal von oben gegen dotzen lassen und dann kannst du nämlich hier so dich super rüber und hin und her morphen. Ja, du musst nur hochkommen. Ja, das mach ich jetzt einfach. Directly. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Aber jetzt! Aua. Ach nee, ja genau so. Nein, wir müssen höher. Anders da geht's nicht. Geht das nicht? Nein, ich glaub wir müssen hier hoch. Ah! Hey, ich bin schon mal hoch. Nein, wir müssen hier hoch und dann da runter hüpfen und dann drüben rauskommen. Ah, okay, pass auf. Ich komm mit. Äh, scheiße halt, du musst Portale machen. Was? Du musst da ein Portal hinschießen auf das Ding unten. Ach so. Ja, genau. Und jetzt komm hoch. Und jetzt musst du da unten ein Portal hin machen. Wie. Wie. Boah, Alter ist das. Boah, wau, 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 wau. Ah, ich fall raus. Ne, es geht. Ah, tatsächlich. Ich darf nur keine Richtungstaste drücken. Oh. Wo sind wir? Äh, draußen? Sag mal, wer baut überhaupt so große Hallen? Das kann doch kein Netz geben. Appetcher Science, man. Ja, Wheatley, Wheatley Laboratories. Das ist ja hier Konkurrenzunternehmen von Black Mesa. Ich drücke aufs Knöpchen. Ah, da kommt's da drüben raus. Hier kommt was raus. Ach, hier, pass auf, wir können das Ding einfach so machen. Warte, ich drücke aufs Knöpchen und gehe da rüber. Ja, das macht gar keinen Sinn, weil hier ist nichts, du musst es höher tun. Höher und weiter rüber. Ah! Weiter rüber, dahin, in die Mitte. Ne, es ist immer noch zu tief. Höher geht aber nicht. Es macht ganz oben am Rand und dann landet es genau da. Hm. Und da oben sind... Ah, ich kann aber, wenn ich, wenn ich hier mache. So. Oder hier. Ach, ne, pass auf, wir könnten aber ganz, ganz einfach. Hier. Äh. Was, wie? Hä? Da muss es überall rauskommen, glaube ich. WAAH! Oh, er ist ins Wasser geflogen. Was kann ich eigentlich? Wenn ihr diese Strecke nicht abschließt, müssen diese Menschen sterben. Oh. Wollt ihr das in euren Speichern haben? Hm. Ah, so passiert halt. Ja, und jetzt kann sie da durch. Keine Ahnung. Das will ich hier rausfinden. Wahrscheinlich falle ich jetzt auch einfach runter. Ah! Ah, jetzt bleib ich hier hängen. Sehr gut. Pass auf, dann rette ich dich. Pass auf, ich kann mich nicht lang halten. Der rutscht hier, der slidet so hin und her. Ich rette dich, pass auf. Ah! 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 Geh mal da durch. Geh mal hier durch. Geh mal hier durch. Geh mal hier. Hier durch, hier. Hallo. Hier rüber. Ja! Ah! Ich kann das nicht, weil, äh, dann sterb ich nämlich dabei, bei dem Versuch. So, und jetzt gehst du mal weiter und jetzt guckst du mal, was da so passiert. Ich kann da ein Portal hinschießen. Ach so, ja, das ist cool. Das Problem ist nur, ich komm halt nicht zurück, weil sonst geht mein Portal ja weg. Aber kann ich hier irgendwo vielleicht... Ja, ich kann da... Ah! 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 Ich hab's gerafft. Rück nochmal drauf. Knöppchen. Und nochmal. So, und dann machen wir jetzt nämlich hier einfach... Wuhu! Sieht gut aus. Ja! Ach so, warte, jetzt muss ich dich natürlich mir nach, äh, folgen lassen, weil du kannst da ja nicht durchgehen. Ne, ich kann nicht durch. So, dann mach ich aber hier so. Äh, ja, da unten komm ich jetzt halt leider nicht dran. Ich glaub, du musst drüben bleiben. Wie? Wie? Du Sau, kannst du bei dir kein Portal schießen? Dann kann ich einfach rüber gehen. Ich kann... Ach so, ne, pass auf. Ich kann halt... Ne, kann ich gar nicht. Scheiße. Hä? Warte mal. Ich guck mal, was hier ist. Hier ist der Ausgang. Kann ich... Kann ich... Kann ich... Ja, ich überleg grad auch, ob's irgendwie so geht. Ich kann... Ich kann so machen, aber das bringt dir glaub ich auch nichts. Hä? Mach mal auf'n Knopf. Ich saue mich ein. Ja, ich weiß nicht. Toll, jetzt kann ich hier... Jetzt kann ich hier dotzen. Ja, Wahnsinn. Nein, aber kannst du nicht... Kannst... Ah, ah. Oh, oh. Warte, 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 warte. Kann ich nicht. Ach, scheiße, wieso komm ich da nicht dran? Fuck. Das ist wohl extra so gemacht. Ja, es ist gemein. Aber du kannst... Na, haha. Ah, nee, kannst du nicht, weil du da kein Portal schießen kannst. Schöße. Kannst du nicht... Ähm... Hä? Ne, mach doch mal unten eins hin und dann schieß ich den Scheiß da durch. Hä? Hier, mach mal noch eins dahin, wo... wo der... Kram hier, äh, aufdotzt. Ach so, genau. Ja, natürlich. So geht's auch. Dann schieß ich das einfach hier, hier, hier so durch, das Zeug. Ja, nicht so. Du musst schon wieder dahin tun. Aber du hast schon wieder das Falsche gemacht. Kann's halt einfach nicht besser. Wuhu! Bäh! So, pass auf, jetzt mach ich noch eins so. Okay. Nur mal, dass wir alles voll haben mit dem Scheiß. Ja, das hat jetzt... Aber nicht getroffen. Als... Als... Ach so, hat nicht getroffen. Blöd. Äh, das fliegt auch alles vorbei. Ähm, wie soll ich das da oben machen? Und jetzt... Jetzt ist das Ding hier eingesaut, aber ich brauch hier drüben noch eins. Hast du keinen Knopf, den du drücken kannst? Ne, hier oben ist gar nichts, hier ist nur der Ausdruck. Ah, ich weiß wie's geht. Ah, ja, okay, pass auf. Ich bin schlau und du nicht. So. Jetzt mach's da oben hin. Und jetzt kann ich hier nämlich... Einsauen! Yeah! Ah, so macht das Sinn. Und jetzt kann ich hier nämlich... Warte mal, wie muss ich dann? Hoi! Okay, aber das ist die richtige Taktik. Ha, ha, ha! Fuuu! Was ist richtig, ja? Dieses Kack-Spiel! Hier, guck mal, guck mal! Sondergrat. Ich hab gewunken. Siehst du's nicht? Das hat sich sehr schwul angesehen. Jetzt fliegt gerade, du Sau! Achso, ich geh dir mal aus dem Weg. Juhu! Hallo! So. Ah, ja, das Spiel wird dir langsam zu hoch. Ja, wir sind ja auch bald durch. Ja. Ich trau' diese Klappe? Wir mussten mal hochspringen. Wenn du den Klappungsakt dokumentieren, werde ich dafür sorgen, dass eure Namen in den Fußnoten erscheinen. Nein! Winke, winke. Winke, winke. Ach, ja, welches Level? Sind wir jetzt vier oder so? Äh, ich glaube, jetzt kommen wir in fünf. Das heißt, wir haben die erste Hälfte vom letzten... ähm... ...Level. Geschafft. Du hast eh gleich angezeigt. Solange hier nicht angerufen wird, hab ich Zeit. Glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Ihr habt euch hier Bande geschaffen, die ein Juni... Ja, rotes Gehen! Oh yeah, super Beschleunigungsmeister-Teil. Yeah, huhu! Wow, easy. Jetzt bist du dran. Na, 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 na! Woohoo! Das ist der Ausgang. Fert bringe ich dir ins Gesicht. Ah, da muss einer eine Kiste sammeln. Pass auf. Ah, das heißt, ja. Ich sag dir Bescheid, wenn ich drücke und holt die Kiste. Eins, zwei, drei. Ah, ich denke... War das auf drei gedrückt? Nein. Ja, fick dich! Eins, zwei, drei. Halt's Maul! Bin doch gar nicht da! Jetzt! Do it! Huuu! Okay, das war ein bisschen zu lahm. So, Achtung! Ja. Renn los! Der fehlt! Dich doch! Scheiß Penner! So, ich mach jetzt einfach ne Abkürzung. So. So, Achtung! Renn los! Ja! Sehr gut! Ich bin hier raus! Oh. Ja. Wo? Jetzt? Renn los! Ich bin immer wieder in nem riesen Bunker. Sitze in meinem Bunker und gehe ganz nach unten. Ist ja voll... großer Bunker. Voll öde hier. Wenn's irgendwie so... Spannend. Hallo! Hallo! Was ist das? Thank you for keeping our enrichment. We're clean. Okay. Hier ist ein Portal und dann kann ich nur noch ein Portal machen. Geh mal da durch. Oh, jetzt sind wir hier so kaputt machen. Oh, da ist... Da ist ein Kistenloch. Ah, den Knopf kannst du nicht drücken. Ganz klar. Ja, da brauchen wir ne Kiste. Wo ist denn der Knopf hier für? Du, ich... Ich glaube, ich hab gerafft, worum's geht. Ich glaub, wir müssen hier oben alles mit dieser Gülle voll machen. Jetzt hast du mal auf! Das ist kein Hüpfgehen, das ist schnell rennen gehen. Achso, für da oben. Ah, jetzt raff ich's. Hoi! Hey! Und jetzt mach ich das noch dahin. Ich mach's einfach nicht weiter, gerne. Ja, das war auch mein Plan. Ja, das war auch mein Plan. Ja! Was? Ja, ich hab's dem voll gegen die... gegen die Wand da gepackt. Äh! Was machst du jetzt grad eigentlich? Ach, da oben. Ich glaub, das muss noch mehr. Ja. Ja, pass mal auf. Da oben kann ich ja hin. Warte mal. Mal gucken, was da geht. Ach, da kommen wir her. Das war der Eingang. Alles klar. Ja, dann geh ich mal hier wieder rüber. Okay, und jetzt? Jetzt müssen wir hier hin. Und dann müssen wir uns Portale so basteln. Schieß mal ein Portal, dass wir da nicht... Ach nee, warte mal. Das muss sowieso noch ein bisschen schneller. Du musst es von der anderen Seite machen. Ah nee, warte, ich hab das Portal eh offen. Warte, warte, warte. Mach einfach drückenknopf. Hier muss auch noch eins hin. Warte, warte. Drück einfach den Knopf. Jetzt warte doch mal. Du hast kaputt gemacht. Ja, kann man fassen. Da muss aber noch mehr hin, glaube ich. Ja, aber wie soll denn das... Ach, hier oben ist noch so ein Teil. Drück einfach mal auf den Knopf hier. Ja, es geht, würde ich sagen. Das ist übelst brutal. Warte mal, wir machen es... Nein, wir können es noch mal richtig voll machen. Hä, wo landet mein Zeug jetzt? Ja, es landet genau auf mir. Jetzt bist du noch schneller. Wow. Oh, es sieht so krank aus. Auf. Ich hab mir den Kopf angeraten. Warte, ich will auf. Ah, andersrum. Ah, scheiße. Ah. 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 Okay, alles klar. Oh Gott, das ist furchtbar. Ja, aber du kannst dir jetzt selbst kein Portal schießen. Das muss ich nämlich für dich machen. Ah. Ah. Pass auf. Jetzt... Jetzt machen wir mal Party. Jetzt mach ich nämlich so. Pau. Ah, scheiße. So, pass auf. Jetzt noch mal Party. Ja, ich mach Party. Oh ja, machst du. Pau. Ah. Okay, passt. Okay, aber jetzt das Prinzip ist klar. Geht's wieder hoch. Ich schieß nicht da rüber, weil ich's kann. So, ich rette einfach. Wuhu. Warte, ich muss äh, richtigen äh, jetzt. Fick dich doch. Warum rennst du andersrum? Nein. 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 So, du kommst aus Broten raus. Zeigst du, ich muss das Rote da hinschießen. Waaaah. Aua. Wow, du hast's geschafft. Voll auf den Sack. Okay, jetzt musst du's für mich tun. Ich muss hier aber hier hingehen und dann musst du, musst du es für mich machen. Äh, ich hab ein Problem. Ja, du auch. Ich komm da an das Portal gar nicht ran. Ach ne, ich weiß, wie ich's mach. Nein. Ich beschleunige mich einfach und du machst meins kaputt. Richtig. Ähm, das heißt, du musst ja dann da hin. Gut, renne er. Ne, das ist falsch rum. Ich muss auch umrennen. Ja, du musst da rein. What the f... Scheiße. Da ist überhaupt nix. Chillicum. Da muss noch mehr, da muss noch mehr rungisches Zeug hin. Ja, da ist hier oben noch so an der Decke noch so ne Platte. Wenn du da drauf machst, landet wahrscheinlich überall. Wo ist die Decke Platte? Nein, hier. Ne, nicht in meinem Gang, sondern da wo ich lande. Da muss noch mehr hin. So. Ja, du musst hier das Portal hin machen, um den Scheiß da hinzukriegen. Du hast es vorhin auch hingemacht. Ja, ich weiß. Schön eingesaut. So, ich mach noch eins. Jetzt ist alles voll. So. Jetzt ist alles voll mit dem Schnell. Jetzt geh ich da wieder hoch. So, pass mal. So. Wo? Alter, willst du mich verarschen? Ja, ist es schlecht zu zielen, dass du es dann auch richtig gescheit triffst? Entschuldige bitte. Genau die Mitte, Mann. Ja, mach ich ja grad. Warte. Verdammt. War ein Hauch zu spät. Scheiße. Erneut. Pass auf, dann saue ich das hier oben nochmal ein bisschen mehr ein. Nein, das ist doch okay. Ich hab nur falsch getimt. Nein, ich will jetzt auf ganz sicher gehen. Ah. So, jetzt sieht das gut aus. So, warte. Jetzt ist es gut. Warte, mach ich jetzt. 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 So, und jetzt müssen wir uns beiden hier rausstellen. Und dann kommt da so ein Co-Penny-Typ raus. Okay, und dann muss er in das Wochen. Den ist... Aha! Ey! Geil, ich bin schneller. Angesichts eures Tempos bei diesem Test glaube ich allmählich, ihr teilt meine Hingabe für die Rettung gefangener, weinender, verletzter, sterbender Menschen nicht. Wenn euch das nicht motiviert, dann weiß ich auch nicht. Nein! Nein! Ja, verdammt. Diesmal hat es mit dem Springen nicht so ganz so geklappt. Ja.